Die Spiele, die wir gehabt haben, waren sehr spannend, weil eher knapp. Heute zum Beispiel gegen Kroatien 2 zu 1 verloren. Aus dem Grund, dass es eigentlich eine ausgleichende Gruppe bei uns ist. Und das gibt auch, knetet das auch, das Zusammenleben auch. Aber auch in Graz, wir haben eine super Stimmung, wir genießen das, ob jetzt das gut rauskommt oder nicht. Es ist egal, wir haben eine super Stimmung. Spaß ist das Wichtigste und das Spiele, das Spielen mit den Freunden zusammen und mit den anderen von der Mannschaft und mit unseren drei Coaches. Und unser Spiel von heute Morgen gegen Kroatien war wirklich sehr spannend, weil zwei Spieler aber noch einen Pfosten und einen Latten geschossen, war fast ein Ausgleich.